Servus und Hallo zu einem neuen Format auf Pintas. Schön, dass du da bist zu Pintaspezial. Heute beschäftigen wir uns mit den Binion-Aktien. Das habe ich gesehen bei Coupon und habe schon einige Mal gesehen und habe überlegt, kauf ich sie oder kauf ich nicht. Jetzt habe ich doch entschieden, heute das zu kaufen. Wir reden jetzt um die Aktien. Aktienzertifikat für überzehnte Binnenstock-Aktien, Nummer so und so bis Nummer so und so. Das Projekt Binnenstock-Aktien bezeichnet mit diesem Zertifikat, dass Andrea so und so einen Beitrag zum Wachstum der Binnenpopulation in Deutschland leistet. Das Investment über 6 Euro für eine Binnenstock-Aktie, die keine Aktie im Sinne des Aktiengesetzes ist. Es fließt teilweise in der Entwicklung, Pflege und Bewirtschaftung von zusätzlichen Binnenvölkern in Deutschland. Das hört sich schon mal ganz, ganz gut an. Warum nur dieses teilweise? Das wurde mir gerade ein bisschen. Aber wir gucken uns einfach mal das Angebot bei Coupon an und wir gucken uns einfach an, was sagt diese Firma dazu. Das ist wirklich eine sehr informative Seite. Wir gucken uns jetzt einfach mal alles ganz, ganz genau an heute. Und dann zum Ende, zum Fazit, sage ich euch, was meine Meinung dazu ist. Und die bilde ich mit mir jetzt mit euch zusammen. Ich habe jetzt auch keine vorgefertigte Meinung. Aber ich möchte das mit euch zusammen machen. Fangen wir an mit Coupon. Also hier werdet Binnenstock-Parte für neue Binnenvölker und die Anzahl von Binnen inklusive Honig bis zu 42% sparen. Man kann hier zwei Binnenstock-Aktien für 7,99 Euro statt 12 Euro. Fünf Binnenstock-Aktien für die einzige und neue. Auf jeden Fall plus ein Glas Honig für 1,99 Euro statt 30 Euro. Oder sieben Binnenstock-Aktien plus zwei Glas Honig für 4,99 Euro statt 60 Euro. Ich habe einfach mal das gekauft. Damit einfach auch ein Glas Honig für meine Mutter. Ich kann sie gerne raus, falls du sie anguckst. Und natürlich hier bei uns zu Hause, dass wir einfach mal das haben. Ihr gucken sie einfach mal an, was wurde hier in der Beschreibung gesagt. Wir können uns einfach auch mal die Bilder hier angucken. Ja, die Binnen sind wichtig, weil hier wirklich ohne Wien gibt es kein Obst etc. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass es Binnen gibt. Vor allem auch in Deutschland. Und wir gucken uns davon mal an, was hier steht. Die Aktie mit dieser Dividende. Mit der Binnenstock-Aktie wird die Ansichtung von Binnen und die Schaffung neuer Lebensräume gefördert. Die Bewertungen sind 4,7. Das ist eigentlich schon gut. Das sind 13 Gruppen Bewertungen. Das ist natürlich keine so hohe Anzahl an Bewertungen. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Projekt schon auf dem Markt gekommen ist. Wenn wir nach dem niedrigsten. Gute Idee. Kommt sie aber wirklich in Binnen zugute? Und ich lese an Mini-Format. Das ist enttäuschend. Ob die wirklich in den Binnen zugute kommen, da bin ich auch noch ehrlich gesagt überfragt. Aber deswegen machen wir heute dieses Video und gucken uns einfach an. Sonst gibt es 4 Sterne. Also wenig kritische Stimmen. Eine sehr gute Sache. Wird in sehr großer Zeit geliefert. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und hier steht mit jeder neu verkauften Binnenstock-Aktie werden neue Binnenfläche geplant und entwickelt. Und das finde ich schon krass. Hier steht geplant und entwickelt. Und hier auf der Aktie steht der Wachstum der Investments von über 6 Euro für eine Binnenstock-Aktie. Die fließt teilweise in der Entwicklung Pflege. Und hier steht teilweise. Und hier steht, werden neue Binnenfläche geplant und entwickelt. Ich weiß nicht so recht, was ich jetzt davon halten soll. Ähm, da exklusive Kuponkunden jeweils 1 Gras Honig von 25 Gramm für jeweils 5 Aktien. Binnenstock-Aktie, Zifferkarte für E-Mail, kam auch wirklich prompt. Auch als Geschenk zum Geburtstag, Muttertag, Verlobung, Ostern, Weihnachten und zu anderen Anlässen. Binnen sind für unser Ökosystem unverlässlich. Beim Besorgen von Nektar transportieren sie Pollen von Blüte zu Blüte. Und sorgen somit für die Fortpflanzung zahlreicher Blüten und Nutzpflanzen. Etwa 80% aller Blühpflanzen in Europa werden durch Bienen und Kuh bestäubt. Im Obstbau kann sich der Ertrag durch die Bienenbesteuerung sogar um ein Mehrfaches steigern lassen. Doch ihre Existenz ist gefährlich und eine Welt ohne Bienen hält sie vor allem für die Menschheit. Die Honigbienen in Mitteleuropa werden durch Milben befallen. Zudem schauen Monokulturen, ausgeräumte Landschaften und Pestizide für immer schlechter werdende Überlebensbedingungen für Wild- und Honigbienen. Mit dem Kauf einer Honigbienen-Aktie wird ganz konkrete Ansiedlung neuer Bienenverkehr gefördert. Zu Couponkunden gibt es Amazon gesagt. Natürlich werden die nicht an der Börse gehandelt, das ist einfach eine symbolische Aktie. Gut, dann gucken wir mal rein, was die Seite meint. So, werden Sie jetzt Bienenstock-Aktie. Wie sich das schon anhört. Und schütten Sie uns vom Aufbau neuer Bienenvölker und schärfen neue Lebensräume für Wildbienen. Wer mitmacht, wird gleich vielfach belohnt. Die Bienenstock-Aktie setzt sich entscheidend dafür ein, den jahrzehntelangen Bienensterben im mitte-europäischen Raum wirksam entgegenzutreten. Wir planen und entwickeln gemeinsam mit Landwirten, Waldbesitzern und Ausgebilden-Inkern neue Bienenvölker und ernten und vermarkten den daraus entstandenen Honig. Mitmachen lohnt sich. Als Bienenstock-Aktie erhalten Sie von uns ein Glas feinsten Honig aus der inklusiven Bienenstock-Aktien-Ernte, sobald Sie Ihre ersten 14 Aktien gezeichnet haben. Also, wenn du über diese Seite die kaufst, dann brauchst du 14 Aktien, um ein Glas Honig zu bekommen. Wenn du über Gruppung machst, 5 Aktien ein Glas, 10 Aktien zwei Gläser. Also, genau. Diese Ausschüttung ist eine extra Belohnung für Sie, denn neben der guten Tat erhalten Sie dann nicht ein erlesenes Qualitätsprodukt. Keine Ahnung, wenn ihr wollt, dass ich über den Honig selbst ein Video mache, dann bitte Like da lassen, Kommentar da lassen, damit ich Bescheid weiß. Dass mit Liebe, Leidenschaft, hohem Einsatzwillen und einem guten Stück bester Handwerkskunst entstanden ist. Kann man mitmachen und ein Bienenmotor einer gesunden Umwelt? Was wäre unsere Erde ohne die Bienen? Nun, die Antwort ist gleichermaßen einfach wie erschreckend. Denn unsere Erde wäre öde und leer. Sie wäre nicht lebensfähig. Seit Jahrzehnten verändern sich jedoch die Bienenpopulationen zu sehend. Führende Wirtschaftler warnen vor allem. Die beste Antwort auf den Klimawandel lautet also, Schaffung neuer Lebensräume. Es sind Lebensräume für die Wildbeine, Wien und aufbau süßlicher Bienenvölkern. Doch dabei sind wir alle gefordert. Das Initiatoren-Team der Bienenstock-Aktie setzt dabei auf eine breite Zusammenarbeit aus Landwirten und Waldbesitzern. Im Kanal haben wir alles schon gelesen. Und ich würde sagen, guck uns einfach mal das Video an kurz und schauen mal was die dazu sagen. So, dann schauen wir uns mal an. Ich werde noch mal kurz kommen, weil es funktioniert. Und los geht's. Bäume mühsam per Hand. Das kann aber natürlich nicht die Lösung des Problems sein. Also, wie können wir der Biene helfen? Und warum sterben überhaupt so viele Bienen? Wie so häufig in der Natur liegen die Ursachen in einem Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren. Und wir tragen mit unserer Lebensweise einen wesentlichen Anteil dazu bei. Aufgrund der dichten Bebauung in unseren Städten findet die Biene dort kaum blütenreiche Nahrungsquellen. Und auch die Monokulturen in der Landwirtschaft machen der Biene das Leben schwer. Denn nur durch das Sammeln von vielen verschiedenen Pollen aus Mischkulturen kann sie das Immunsystem des Nachwuchses stärken. Und so ist der bereits weniger anfällig für Parasiten. Wichtig ist das besonders für die Honigbiene, weil sie sehr häufig von der aus Asien eingeschleppten Barroamilbe befallen wird. Und das mit todlichen Konsequenzen. Hinzu kommt der häufige Einsatz von Pestiziden. Denn die Gifte töten nicht nur Schädlinge, sondern auch viele Bienen. Es sterben also immer mehr Bienen. Und damit ist die weltweit benötigte Menge an Lebensmitteln in Gefahr. Naschen wir vom Kirschbaum zum Beispiel 10 Kirschen, dann verdanken wir 8 davon der Bestäubungsleistung der Biene. Das Bestäuben ist für unsere Wild- und Kulturpflanzen so wichtig, dass die Biene unser drittwichtigstes Nutztier ist, nach dem Schwein und Rind. Aber auch die Vielfalt unserer Lebensmittel ist in Gefahr. Denn bei der Biene herrscht Arbeitsteilung. Für bestimmte Pflanzenarten gibt es spezialisierte Bestäuber. Bei weniger Bienenarten nimmt auch die Vielfalt der Pflanzenarten ab und damit die Vielfalt unserer Lebensmittel. Jeder einzelne kann zumindest einen kleinen Beitrag leisten, um der Biene zu helfen. Blütenreiche Pflanzen oder Küchenkräuter wie Thymian und Lavendel locken Bienen an und bieten ihnen auch in der Stadt eine Nahrungsquelle. Wildbienen freuen sich zum Beispiel über Nisthilfen. Hilfreich ist auch, im eigenen Garten keine Pestizide zu verwenden und Lebensmittel zu kaufen, die ohne Pestizideinsatz angebaut worden sind. So fühlt sich die Biene bei uns wieder sehr viel wohler und wir bieten ihr die Chance, nicht nur unser Honiglieferant und Bestäuber zu sein, sondern auch unser Fleißbienchen zu bleiben. Ja, das war sehr interessant finde ich und wir gucken jetzt natürlich weiter auf der Seite von... Hier auf der Seite und... na komm schon... Ah, ich muss hier auf das X klicken... Gut, also... So einfach funktioniert... Mit diesem Verkauf haben wir schon gesagt... 46 Euro haben wir auch schon gesagt... Ähm... Ja... Also man kann auch monatlich machen... Ähm... Auch so kann man machen... Fragen, Antworten... Da wollte ich mit euch auf alle Fälle reingucken, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns einfach informieren. Warum ist die Biene so wichtig für uns, haben wir schon gerade gehört teilweise, aber... Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Sie fängt bei der Symbiose der Bienen mit der Pflanze an. Bienen brauchen den Nektar der Pflanze als Nahrung zu überleben. Pflanzen brauchen einen Biestäuber, um ihre Pollen zu verbreiten und sich so zu vermehren. Also, sehr wichtig... Sind die... Wenn die... Am Aussterben bedroht... Wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch... Albert Einstein... Die Biene, obwohl es nicht nur Honig... In erster Linie bedroht sie die Pflanzen. 80% aller Pflanzen sind als... Sind auf Bienenbestoppung angewiesen. Sollten die Bienen aussterben und im Moment ist es ziemlich bedrohlich, sterben auch 80% der Pflanzen aus. Wie entsteht denn neue Bienenkönigin? Entstehung Bienenkönigin werden eher wahr angezogen, wenn sie das Bienenfall über das Schwärmen teilt, wobei die bisherige Königin gestorben ist und aus allen Gründen ersetzt wird. Letztlich wird Nachschaffung genannt. Die Entwicklung erfolgt wie auch Liebesarbeitsbienen aus befruchteten Eiern. Was frisst die Bienenkönigin? Die wichtigste Nahrung für die Bienenkönigin stellt das Gelee Royale dar. Diese produzieren Jungbienen in ihren Türrüsen am Kiefer. Allein dieses... Weißel vor der Surf lässt aus dem Ei eine Königin heranwachsen, die bis zu 3000 Eier am Tag gegen 2 bis 3 Jahre lebt und um vielfach größer ist als ihre Arbeiterinnen. Wie lange raus, bis die Königin Eier legt? Die Entwicklung dauert von Ei bis zum Schlüpfen der Königin insgesamt 16 Tage. Dies ist dann aus den verschiedenen Entwicklungsstufen unterteilt. Vom Ei bis zum Schlüpfen der Marte dauert es 3 Tage. Anschließend wird die Rundmarte bis zu einer Verbundung 5 Tage lang gefüttert und gepflegt. Wo legen Bienen ihre Eier ab? Bienen legen ihre Eier in Brotzellen ab, aus denen sie in 4 bis 5 Sterne des Nachwuchs entwickeln. Die stiftförmigen Eier sind schwach gekummelt und mild gegen Eiweiß. Je nach Umgebung zum Beispiel schlüpfen aus ihnen nachts 4 bis 10 lang Beine und augenlose Larven. Was macht die Bienen, die Bienenkönigin? Wenn der Frost einsetzt, ziehen sich die Bienen in die Wintertraube wiedergut zusammen. Mitten in der Wintertraube sitzt die Königin. Sie hat jetzt nichts zu tun. Das Buch geschäft gut im Winter. Die Bienen in der äußersten Schicht der Traube entwickeln durch Vibration ihre Muskulatur Wärme. Wie lange lebten die Bienenfolk? Das Leben einer Arbeitsbiene von der Putzfrau zur Kundschafterin. Das Leben einer Arbeitsbiene in der Bienenstadt ist nicht von allzu langer Dauer gebracht. Die Sommerbiene bringt es auf etwa 35 Tage und Winterbiene kann bis zu 9 Monate alt werden. Wie kommunizieren die Bienen? Eins der Erschauendlichsten für den Unternehmen bei den Bienen ist ihre Fähigkeit miteinander zu kommunizieren. Speziell ausgewählte Suchbienen machen sich auf die Suche nach Futter auf und kehren dann heim in den Bienenstock. Durch einen Tanz auf den Waben teilen sie mit, wo die Futterquelle liegt. Was ist genau die Bienenstock-Aktie? Die Bienenstock-Aktie ist ein Zertifikat, mit dem beschleunigt wird, dass der Aktionär, also der Entwerber der Aktie, eine bestimmte Summe Geld für die Ansiedlung und Entwicklung von südlichen Bienenvölkern und zum Erhalt unserer Umwelt einen Beitrag liefern. Gut, wir gucken uns noch die restlichen Fragen an. Wie entsteht ein Bienenstock? Aus herausgeschwitzten Wachs entstehen Bienenwaben. Ein Bienenstock besteht hauptsächlich aus Bienenwaben aus Wachs, die als senkrechte Wände an der Decke hängen und von oben nach unten gebraucht werden. Das Wachs wird die Waben, wo sind die Bienen selbst. Es ist schon gerade passiert, es können diese kleinen Fähigkeiten, aber Bienen sind wichtig. Also das lese ich jetzt, wie viele Bienen sind in einem Stock, ist glaube ich interessanter. Das Bienenvolk-Königin, Drohnen und Arbeiterin etwa 5000 bis 40.000 westliche Honigbienen leben als Bienenvolk in einem Bienenstock zusammen. Damit bei so vielen Einwohnern kein Graus entsteht, muss jede Bienen genau wissen, was sie zu tun hat. Dafür gibt es drei Bienenberufe, Arbeiterin, Drohne und Königin. Warum kann die Bienen hören? Eine Bienen kann im Gegensatz zu uns UV-Licht sehen. Außerdem kann sie die Polarisation des Lichts erkennen und kann damit den schönen Sonnen auch an bedeckten Tagen ermitteln. Eine Honigbiene hört keine Tünne, sie kann nur bestimmte Vibrationen wahrnehmen. Eine Binde wie groß? Die Körperlänge als dieses Betriegt 15 bis 18 Millimeter bei der Königin, 13 bis 16 Millimeter bei der Drohne und 13 bis 13 Millimeter bei Arbeiterinnen. Die Arbeiterinnen erreichen ein Durchschnittsgewicht von 82 Milligramm, die Königin ein Gewicht von 52 bis 300 Milligramm. Warum sind Insekten so wichtig? Warum Insekten im Garten so wichtig sind sie bestäubt Pflanzen und dienen anderen Tieren als wertvolle Nahrung. Insekten sind die westlichen Bestandteile im Gleichgewicht der Natur. Was ist schädlich für Bienen? Haben wir eigentlich schon gehört, aber gucken wir uns nochmal an. Was ist die Pestizide? Schädlich für die Bienen? Menschen Natur? Sie sind natürlich giftig, die Pestizide. Dafür werden sie entwickelt. Sie vergiften unser Gewässer, schädigen Insekten wie Bienen, Hummeln und Schwerlinge, machen Amphilien unfruchtbar und reichen sich in den Umständen an. Mit Fernefolge auch für uns Menschen. Für die Honigproduktion der Bienen? Für die Produktion von 1 Kilo Honig muss die Bienen ca. 3 Kilo Nektar sammeln. Das sind ca. 60.000 Honigblasenfüllungen. Um die Honigblase einmal zu füllen, muss die Bienen ca. 15 bis 100 Blüten je nach Blütenart besuchen. 1 Kilo Honig entspricht dabei ca. 900.000 bis 6 Millionen Blütenbesuche. Puh, das ist schon krass. Es ist schon krass, finde ich. Wie weit müssen die fliegen, um ein Glas Honig herzustellen? Das ist dann unsere letzte Frage. Der Flugradius an der Bienen liegt weit ca. 3 Kilometer, in Ausnahmefällen bei bis zu 7 Kilometer. Man geht jedoch von einer durchschnittlichen Strecke zwischen 500 und 1000 Metern von hinten und hochflügig aus. Das sind dann zusammengefasst. Das sind dann zusammengefasst. Das sind dann zusammengefasst. Das sind dann lächst. Das sind dann verschiedene Strecke zwischen 500.000 und mit der Ausnahmefälle. Untertitelung des ZDF, 2020